hallo und herzlich willkommen zurück bei scarlet nexus ja hier geht es nach oben wollen wir auch mal gehen und schauen wie es hier weitergehen mit dem turm kommen bestimmt noch ein paar gegner interessant oh ui toes team is the first to the objective nice going yeah hey you hear something good instincts you ito i'm getting other readings nearby no wait this is a major other okay was kommt da ich will gar nicht aber okay was wir spuckt hauptsächlich mich an und aber alter ist mit dem okay wie benutze ich das gelee gar nicht okay ich sehe schon was ich machen muss ernsthaft geht noch nicht aber benutze ich die geht immer noch nicht wenn man das auch wusste ach so ok ich verstehe das geht einfach so nicht komm mal her komm her komm her komm her komm her ja so schön achte mal einen sprung das spuckt nur okay damals da haben wir ihn Oh! Okay, weg da! Kaboom! Wenn ich mich hochheile, keine Ahnung. Na komm! Komm her! Springen! 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 Autsch! Ich bin plötzlich der Gelee! Meine Güte! Ich weiß nicht, wie das funktioniert, ne? Wollen wir klar, ne? Genau in der falschen Position fällt da hin! Oh! Shit! Wollen wir klar! Halt doch einfach mal hier in der Ecke rin! Das wäre ganz gut! Na los! Ja, zu spucken! Mach, was man die sagt! Mach, was man dir sagt! Ja, genau! Endlich! Besiegt! Das haben wir gemacht? Ach, was wir gemacht? Alle von euch, bleiben Sie zurück, oder werdet ihr getrennt. Du bist gut? All of euch! Bleiben Sie zurück, oder du wird verletzt! Ja! Na los! sehr schön ernsthaft Stimmt so nicht ganz Ich bin glücklich, dass wir den anderen zu retten Deine erste Verkäufe auf deiner ersten Anwendung War das satisfying? Ähm Ich kann dir nicht ganz gut antworten Bitte, frag den Kommander Hm? Ich bin glücklich, dass wir die Kröse Was? Was? Oh, Mann. Das bedeutet, dass du in der Limelight bist. Du hast viele Fragen von Interviews. Vielleicht werden sie ihn auf der PR-Magazine, wie Arashi. Kann sein. Sie wissen nicht, wann zu gehen. Yuito, ich weiß, dass es ein Schmerz wird, aber nicht direkt antworten. Ja, ich mache mein Bestes. Hier kommen sie. Oh, sieht aus wie Sugumi hat die Kräuter gefunden. Okay, wir halten das kurz. Das ist das Ende dieser Anwendung. Von jetzt auf, unsere Orte werden direkt von oben. Du kannst nicht eine Orte zu verabschieden. Geht in der designateden Platz, in der designateden Zeit, und verabschiede deine Mission. Du kannst auf die Anwendung des Suppressions- und Trainings- und Verabschieden, aber nicht zu viel slacken. Kräuter... Sie werden hier bald. Wir haben sie verabschieden, aber es ist nur ein Zeitpunkt. Wenn du noch weitere Fragen hast, fragst Wataru. Okay, zurück zu Suo. Kapitän, kann ich hier verabschieden? Ich will eine Stoppe. Du musst es jetzt machen. Würdest du wissen? Würdest du wissen? Ja, ja, okay. Mach was du. Ich liebe dich, Kapitän. Und wir sind Stufe 5. Ja, und weiter geht's mit der Story. Ich habe das nicht nur für die Presse gesagt. Du zwei haben wirklich einen tollen Job gemacht. Oh, Seto. Der pamperte Sumeragi-Kid. Was ist mit der Attitude? Warte, Naomi? Oh, Nagi und Yuito. Naomi, Kasane. Hi. Good job today. Kyoka, bist du auch trainiert? Ja. Wir haben ein paar Cuties wieder dieses Jahr. Also, ich muss mein Bestes machen. Meine Leute sind gut. Hey, Kasane, war es? Wie war ich trainiert? Ich glaube, ich war so gut wie ich konnte. Gut. Kasane? Wait. Was ist das, Naomi? Oh. Oh. Are you okay? Huh? Oh. Ich bin gut. Ich habe gerade gesehen. Ich habe dich auf Himuka-TV gesehen. Du sahst viel zu großartig zu sein. Ich war sehr beeindruckt. Ich war sehr beeindruckt. Danke. Oh. Kyoka Platoon. Everyone except Team Leaders is dismissed. Team Leaders, come with me to Headquarters. Same for us. Team Leaders to Headquarters. Uh, Kasane? What? Um, have we met somewhere before? We fought an other together. Did you forget? Uh, no. Not that. Uh, so, you have a sister. You mean Naomi? Did you get hit in the head? You're weird. But your power was pretty good. Good luck. Oh, uh, thanks. Hey, Yuito. So, you're friends with the Randall sisters? If that seemed friendly to you, then you're weird as well. Really? I'm heading back to Headquarters. You chatter to a minimum outside. Grows are after you. I'll go back to Headquarters with you. Hm. Why did you get hit? Because she happened to see me do something good. Because, Sonny was pretty harsh though. I'm still jealous. I had just gotten there a little earlier. Hm. Wo war nochmal die Karte? M, ne? Genau. Wo müssen wir überhaupt hin? Da hinten hin. Oh Gott, oh Gott. M. Hm, 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 hm. Ja, hab soo, weitere Missionen. Ich hab doch auf der Karte gesehen, dass es auf dem Weg einen Speicher gibt. Ja, wir schauen mal. I think Kaguro takes too many liberties. You can't just say you're taking a detour and go straight home by yourself. Kaguro is always like that. You're very serious. No, you're the serious one. Ist die so eine verwirrende Kacke klarlammern? Äh, ich weiß gar nicht worum es geht. Okay. Hm, objekt. Hm. Hä? Ach ja, hier, weil das gehen. Hier, Punkte haben wir dann. Sehe ich jetzt gar nicht. Eins? Eins. Let's go. So. Sehr schön. Ich hab jetzt irgendwas in einem Sturmangriff. Ja. Okay. Okay. Ich hab das. Ja, das ist das. Das ist doch schön. Okay. Mhm. Mhm. Ich hab das. Ich hab das. was los ist. Ihr zwei seid zusammen nicht wahr. Ja. Was geht denn dein Gehirn vor? Würde es dir etwas ausmachen, den Schutz zu deaktivieren und mir eine Tour anzubieten? Wir kennen uns schon so lange. Ich glaube, ich habe noch nie daran gedacht. Ich bin mir sicher, dass Hanabi genauso fühlt. Hm. Ich bin ziemlich neugierig zu wissen, wie Hanabi darüber denkt. Wie auch immer. Ich schätze, wir belassen es für heute dabei. Aha. Meine Güte. Tau. Mhm. 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 Das ist kein Grund, sich Sorgen zu machen. Du bist ziemlich hager. Du solltest etwas mehr trainieren. Ist das nächste Perkis berühmtes Zitat? Ohne Regen. Äh. Ich bin irgendwie das fünfte Rad am Morgen. Mhm. Mhm. Warum? Warum? Solche Gespräche? So. 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 Dann speichern wir mal. Und so. Dann geht's hier weiter nach oben. Eine Mission kann man noch machen. DJ Musik. 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 ja wirklich mal zur baustelle oha yuito i sent you the location data for the distress signal confirm or she should be there understood now i did it if i ain't carefully i'll be able to make the mission easier so that's all yeah very nice it looks like there's a resource nearby hey watcherum what's it like there the extinction belt advanced while the city was being constructed hmmm is that so under? yeah there are no plans to restart construction it's a forgotten ghost town oh that fear yeah hmmm hmm hmmm hmmm hmm hmm gut gut da muss ich da rein okay muss ich erstmal hier außen rum toll irgendwas hält mich auf ok schnuckeputz also wo sie hier schönes für dich haben so haben wir nicht gewettet und so ist jetzt aber weiter zwischenspeicher das war's magel was toll ja ab hier ein cliffhanger ein bisschen gemein von mir ich weiß so das war's dann erstmal für diese folge mit scarlet nexus falls du neu bist auf meinen kanal gerne abonnieren glücke nicht vergessen zu aktivieren um keine weiteren folgen von scarlet nexus mehr zu verpassen auf meinen kanal wir sehen uns dann morgen wieder hier an dieser stelle tschau mit v tschau mit d euer dieschen tschüss